eben gerade im werk ne und so hier mikro das war nicht eingeschalten so also ich begrüße euch noch mal hier zurück in fallout 76 ja wo ich mit der technischen operation beginne und so liebe ivy ist wieder am start ne ich kenne das ja immer der wechsel es gibt ab heute bis zum siebzehntel doppelte score punkte für die täglichen score aufgaben ihr lieben und ja ich beginne hier mit der technischen operation der lodger oder nicht oder wie oder wo aber das ist ja echt nervig dass diese jungs also ewigkeiten wie hart verstreuzen diese ganzen ich meine mode ist das geile macht laune auf jeden fall bin ich dabei aber dieses ewige gesuche nach den fischern das ist also ein bisschen was nervt ich hasse diesen ordentlich hasse diesen fucking ort weiß er denn nie ja er knüppelt ja gut rein das stimmt ich weiß ja auch nicht so der eine ist im eimer das ist ja hinten irgendwo scheinen sie rumzupenneln irgendwo hier wir haben schon mal einen gehabt hier ne ok Also mal 5 von 10. Da kann ich mal noch einer. Junge, Junge, Junge. Gut geplatzt hier. Bats. Kam raus. So, okay. Zwei noch. Da. Ja, einer. Der nächste Co-Träger ist nicht weit entfernt. Genau, das weiß ich nicht. Also, geh leise vor. Wir wollen ja nicht die Kavalerie heraufbeschwören. Noch einen Abfänger mit dem Code deaktiviert. Wahrscheinlich postieren sie jetzt mehr Leute bei den Abfängern. Sei also vorsichtig. So. Alle tot hier irgendwie. Fast geschafft. Ich muss nur noch den letzten Code finden. Ohren da weiter auf. Ich sag denen Bescheid, wenn ich was habe. So, mal gucken. Die letzten noch. Die letzten 12. Oh, Junge. Oh, der rumst hier. Ich seh doch echt voll spät immer irgendwie, ne? Doch, ich seh euch voll spät. Ist so. Mein Lieber. Widersprich mir nicht. Du Null. Ich muss sagen, die Illi, ne? Ganz im Ernst, die Gegnersport ist hier irgendwie dezent für den Arsch. Alter, das ist flink auch, ne? Ja, ich bin hier drüben. Oh, wunderbar. Holy moly, so. Okay. Guck mal, da gibt es auch mehr. Stöhnt, echt? Guck mal, dein Rucksack brennt, Kollege. So, wo sind jetzt hier die letzten? Ich hab irgendwo ein mieses Gefühl. Ja, voll im Kopf, Junge. Mega. Ja, wettgecritet hier. Immer. Kopf. Sehr gut. Letzter Abhänger ist da drüben irgendwo. Und geschafft. Wunderbärchen. Eintragen. Sehr schön. Wunderbar. Ich danke euch. Gut. Schauen wir doch mal, was hier bei rumgekommen ist. Machen wir weiter hier mit dem Event. Und, und so. Und natürlich auch gleich hier Level up. Ah, passt aus. So, da ist er denn. Da hinten. Wunderbar. Wunderbar. Rang 42 und Stufe 61. Glückwunsch, meine Liebe. Okay, gut. Dann würde ich sagen, es gibt es noch Fotos machen, wenn ich in der Gruppe bin und die Feldfrüchte einzupflanzen, würde ich sagen. Machen wir das auch. Okay, also schauen wir mal. Hier, zwecks Feldfrüchte und Anbau. Nahrung, schauen wir mal, habe ich irgendwas? Ich habe Mais, wunderbar. Kann ich das hier anbauen, so unter der Brücke, nah am Pragwasser? Einmal, zweimal, dreimal. Viermal, fünfmal, wohnen, der Bärchen. Also das erste Fältchen hier unter der Brücke. Läuft man hier auf jeden Fall. Und dann haben wir das doch auch hier. Sehr, sehr schön. Okay, gut. Würde ich sagen, haben wir das, mache ich doch noch hier die letzte Nuka-Cola, äh, 25 Stück. Könnte ich auch mal gucken, ne? Ich meine, Cola hat es ja in Massen. Gehe ich doch noch mal nach Whitespring und gönn mir mal. Hallo, mögen Sie Nuka-Cola? Ja, aber natürlich. Ja, aber natürlich. Aber ich nehme alles, was du hast. Das sind eins, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ja, gut, ist besser als nix. Von daher, ich gönn mir mal. Und da war alle Hopp. Ja, aber hallo. Ja, 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 ja. Ja, ich kipp, ich, ich kipp mir alles rein. So, Hopp und Ex in drei Sekunden. Hast du gepasst? Ich glaube schon, ne? Ich denke schon. War super. Achtung, jetzt hier ein damenhafter, lauter Rülpser. Boah, Junge, holy. Oh, der war gut. Okay, haben wir schon mal ein bisschen Nuka-Cola auch. Ich meine, wie viele waren das jetzt? Die Hälfte? Ne, ne? Doch, fast die Hälfte. Okay, dann kann der Nalef ja morgen die restlichen Nuka-Colas wegkippen. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon wieder für heute. Und so, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Komm, wir machen hier nochmal ein Foto. Ja, alles gut. So, machen wir hier nochmal ein Foto. Und dann mit den beiden Damen hier. Und dann passt das. Wunderbar. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wäre. Warte, 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 warte. Ich muss ja noch aufs Brettchen gucken. Ganz vergessen. Hör mal, was da heute bei rumkam. Sumo. Für Rang 42 gab es hier so ein Barret. Für Rang 43 ein einfaches Reparatur-Kit. Und für Rang 41 zweieinhalbtausend Kronkorken. Die holt sich der liebe Nalef. Ihr Lieben. Und dann passt das auch. Genau. So, also, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao.